heute ist nicht einfach mit mir heute ist nicht einfach mit mir zu laufen guck dir das mal an dieser fluss müssen wir jetzt aber nicht auf der üblichen art und weise ja wie die menschen das tun ja über eine feste brücke so steif also so steif so hart so hart wie naja wie eben manchmal alles sein kann hier ist so hart hier läuft das wasser überall wir wollen gucken dass wir nicht nass werden ja wir wollen zu sein zauber diesen fluss überqueren das ist überhaupt 1 2 3 opfer 1 2 3 geschafft erste stein aus dass ein geschafft so hier wird ja hier wird kritisch hier wird rutschig der stein ist rutschig der wichser wird auch rutschig sein nämlich mal an alter hat das ich kacke mir jetzt ein ich kacke mir ein ich kacke mir ein wir müssen jetzt fliegen wer wird sie jetzt fliegen wir müssen jetzt fliegen die aufgabe ist die aufgabe ist hart die aufgabe ist hart die aufgabe ist hart weil es rutschig ist jo und wackelig wackelig und rutschig der stein wackelt und ist rutschig der stein wackelt ist rutschig so und wer hält das gleichgewicht also jetzt muss ich hier rüber jetzt kacke ich mir ein die aufgabe ist echt heftig was stellst du dir für scheiß aufgaben mal so 3 1 2 3 1 2 3 wir müssen rüber wir müssen rüber wir dürfen aber nicht fallen so zack so alter hart endlich nass warten also hier der kippe ist so hart und stell ja 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 wollt ihr nicht jemanden aus dem fluss retten ich ertrinken gerade ich ertrinken gerade in diesem fluss ja ich ertrinken gerade in diesem fluss wollt ihr nicht jemanden aus dem fluss retten alter ich habe gerade eine aufgabe ja ich habe gerade eine aufgabe ich muss diesen fluss überqueren und zwar sauber sauber überqueren ohne ohnehin ohne rein zu fallen das problem ist dass der stein übelst wackelig ist ja guck was nein ich muss den linken fuß da drauf warte 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 der linke muss schaffst du oooohhh fcc ahhh ahhh das ging ja einfach sehr gut das ging ja einfach sehr gut Aufgabe erfüllt Aufgabe erfüllt